Die gute Nachricht für alle mit wenig Wohnraum vorweg. Das Schlafzimmer ist vielleicht nicht der beste Ort für die Growbox. Der schlechteste, aber definitiv auch nicht. Sehen wir uns also an. Zunächst, welche Dimensionen in Frage kommen. Wie sich kleine Größen schick und unauffällig unterbringen lassen. Wie sich die Möglichkeiten mit den Jahreszeiten ändern. Wie man den Lärmwegel unter Kontrolle hält. Ob, wann oder ab wann das Pflanzenmaterial eventuell eine Belastung fürs Raumklima wird. Und ein, zwei zusätzliche Benefits, die eine Growbox im Schlafzimmer auch für den Menschen haben kann. Wer schon ein bisschen dabei ist, weiß, ich bin Fan von sehr kleinen, aber noch praktikablen Systemen. Oder einfach gesagt, dem 40x40 Setup. Ich würde sagen, starten wir damit und arbeiten uns dann nach oben. Ein 40x40 Zelt lässt sich zunächst in fast jedem handelsüblichen Kleiderschrank unterbringen und mit einigen einfachen Maßnahmen so gut wie unsichtbar machen. Details darüber findet ihr im Video Growbox Darnen, rechts oben in der Infobox. Der zweite, ziemlich einzigartige Vorteil auf 0,16 Quadratmeter ist, dass man das System ganzjährig betreiben kann. Also selbst im Winter bei geschlossenem Fenster. Der Frischluftbedarf des kleinen Grows wird problemlos durchs regelmäßige Lüften gedeckt. Die Menge an Substrat und Pflanzenmaterial hat keinen bedenklichen Einfluss aufs Raumklima. Im Gegenteil, der kleine Grow hat eher den Charakter einer wertvollen Zimmerpflanze. Ein solcher Mini Grow hat mehrere interessante Benefits für den Wohnraum. Ich gebe euch ein Video auch dazu als Infokarte rein. Das Komplettzeit mit den dafür notwendigen Komponenten verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Zu einem gewissen Grad gelten die Benefits von 40x40 auch noch für 60x60. Es gibt Schränke mit mehr als 60 cm Tiefe, sind halt eher selten. Will man ein 60x60 System im Schlafzimmer ganzjährig betreiben, also auch im Winter, sollte es schon ein großes Schlafzimmer sein und man muss definitiv öfter als gewöhnlich lüften. Und oder, wie es häufig ohnehin gemacht wird, das Fenster zumindest einen kleinen Spalt offen haben. Ansonsten gilt für 60x60 Zelte bereits dasselbe wie für alle größeren Dimensionen. Es braucht ein offenes oder zumindest gekipptes Fenster. Ab 80x80 wäre es sogar einigermaßen wichtig, die Abluft direkt aus dem Fenster zu leiten. Der Luftaustausch eines lediglich gekippten Fensters reicht dann einfach nicht mehr aus. Ist dies gewährleistet und im Schlafzimmer ausreichend Platz, sind der Größe keine wirklichen Grenzen gesetzt. 100x100, 120x120, 150x150, 240x120, was halt reinpasst und man willens ist, sein Schlafzimmer mitzuteilen. Ach ja Leute, ihr wisst ja, der YouTube-Algorithmus liebt es, wenn Creator und Community kommunizieren. Vielleicht habt ihr einen kurzen Moment für den Daumen. Dankeschön. Nachdem die Möglichkeiten der Zeltgrößen geklärt sind, sehen wir uns noch das Thema Lärm an. Im verlinkten 40x40-System ist der kleine günstige Silent Axiallüfter dabei. Dessen sanftes Rauschen halte ich, als ziemlich geräuschsensible Person, für sehr angenehm. Sämtliche günstigen und günstigeren Rohrlüfter halte ich, ohne aufwendige Dämmung, für zu laut, um daneben zu schlafen. Hab das getestet. Und wenn jemand selber dämmen will, bitte unbedingt ausschließlich feuerfeste Materialien, wie zum Beispiel Steinwolle verwenden. Und beim Hantieren damit bitte mit Atemschutz. Die sauberste und ruhigste Lösung allerdings, ab 60x60, wäre der regelbare und temperaturgesteuerte EC-Lüfter von PrimaKlima. Der ist so richtig leise, wenn man ihn überdimensioniert wählt und dann auf niedriger Drehzahl laufen lässt. Also ich würde sagen den 580er für 60x60, 70x70, 80x80, den 680er für 90x90, 100x100 bis 120x120 und den 1100er für alles darüber. Natürlich kann man dann zusätzlich noch einen schalldämmenden Luftschlauch verwenden. Nicht zu unterschätzen ist auch die Lautstärke des Ventilators. Neben dem 5W Garden High Pro in meiner 40x40er Box habe ich bisher immer herrlich geschlafen. Der leistet auf 60x60 auch noch ausreichend. Ab dann wäre der 16W Secret Shadow Monkey Fan eine gute Wahl. Für größere Projekte sonst auch zwei. Ich verlinke euch das alles samt erneuter übersichtlicher Gliederung natürlich in der Infobox. Was wäre zum Thema Growbox im Schlafzimmer sonst noch zu sagen? Auf CO2-Begasung sollte man in dem Fall natürlich tunlichst verzichten. Kann ungesund werden. Positiv zu erwähnen sei, dass der Lüfter, sofern aus dem Fenster geleitet, für deutlich erhöhten Luftaustausch im Raum sorgt. Also mehr Frischluft auch für den Menschen. Und wenn die Abluft bei kleineren Projekten nicht direkt aus dem Fenster geht, reinigt der Aktivkohlefilter die Raumluft. Das kann für Staub- und Bollenallergiker durchaus angenehm sein. Nun liebe Freunde des Indoor Grounds, ich hoffe das Video hat so manches geklärt. Wenn nicht oder jemand findet, dass Blödsinn dabei war, bitte mitteilen. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut.